Das Reifendruck-Kontrollsystem zeigt die aktuellen Reifendrücke in der Instrumententafel sowie im Multifunktionsdisplay an. Fehlerhafte Reifendrücke werden ebenfalls dort angezeigt. Die Speicherung der korrekten Reifendrücke erfolgt nach dem Messen und Einstellen der Fülldrücke bei kalten Reifen unter Beachtung der Vorgaben auf dem Klebeetikett an der Fahrertür. Ein Zurücksetzen der gespeicherten Reifendruck-Referenzwerte erfolgt ebenfalls über das Multifunktionsdisplay.